Der kommt! Leute, jetzt da, los geht's, kommt schon! Überraschung! Wofür ist denn das? Das ist für Rob, sag ihm was, bevor er wegfährt. Rob ist der Wahnsinn, ich werd ihn vermissen. Rob, viel Spaß in Japan. Du schuldest mir elf Dollar. Wie willst du nur ohne Rob klarkommen? Er ist sowas wie dein bester Kumpel. Ja, ich weiß. Hey, wie soll ich ohne dich klarkommen? Was weiß ich, ich bin dein bester Kumpel. Was ist denn das für ein Geräusch? Ist das ein Tier? Ich hab's auch gehört. Entspannt euch, das ist alles. Immer mehr Anrufe gehen in der Redaktion von New York One ein. Da war ein gewaltiges, dröhnendes Donnerstag. Willst du das vom Dach aus filmen? Was für ein Tier ist denn so groß? Das ist echt krass. Alles okay. Wartet mal. Wie ein Wesen. Hättest du die Stadt wohl früher verlassen sollen, hm? Was ist denn das für ein Tier? Denn hier, schneller, schneller! Was ist denn das für ein Tier? Was ist denn das für ein Tier lang? Das wird der beste Abend aller Zeiten.